Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Jetzt sind wir schon ganz zufrieden. Wir können zwei, drei oder mehr Spalten gleichzeitig visualisieren. Wie visualisiert man denn eine einzelne Spalte? Wie macht man das denn? Und das gucken wir uns als nächstes an und das sind die sogenannten Histogramme. Also jetzt haben Sie über Scatterplots gelernt und jetzt kommt eine andere Art von Visualisierung, die nennt sich Histogramme. Okay, das ist etwas, was man typischerweise in der Kamera kennt. Da können Sie sich bei der Kamera manchmal so ein Color-Histogramm anzeigen lassen, während Sie so ein Foto machen. Aber Sie haben wahrscheinlich gar keine Kameras. Vielleicht geht es auch bei Ihrem Handy, dass Sie sich ein Color-Histogramm anzeigen lassen. Da gibt es bestimmt eine App für. Wenn Sie mal nach Color-Histogramm googeln, gibt es bestimmt eine kostenlose App für, um sich das mal anzuzeigen. Und das ist praktisch, zeigt Ihnen die Verteilung der verschiedenen Farben in Ihrem Bild. Oder als Fotografier-Profi will man immer aufs Color-Histogramm gucken, um zu gucken, ob irgendwelche Farben saturieren. Das heißt, bin ich da schon an der Kante? Ja, das wird halt bedeuten, dass bestimmte Farben nicht mehr unterschieden werden können. Wenn ich sozusagen ein Bild völlig überbelichtete, dann werden sozusagen helle Stellen und ganz helle Stellen sozusagen, die bekommen hinterher den gleichen Zahlenwert und sehen auf dem Bildschirm beide gleich weiß aus. Und das kann ich halt dem Color-Histogramm ansehen. Okay? Gut, was ist das jetzt? Also erstmal, der Befehl ist so einfach nach dem gleichen System wie vorher. Statt Scatter steht jetzt hier Histogramm. Ich gebe den Data-Frame an und ich habe ja nur eine Spalte. Also gebe ich eine Spalte für die X-Achse an. Und da steht auch Siebel längst dran. Das heißt, diese eine Spalte wird irgendwie visualisiert. Und wie funktioniert das? Man kann sich das so vorstellen wie, dass man hier sogenannte Bins hat, so einzelne Körbe. Und man guckt jetzt, wie viele von den 150 Zahlen, die hier stehen, landen sozusagen in dem Korb von 7,5 bis 8,0. Und wie viele landen in dem Korb von 7,0 bis 7,5? Und so weiter und so fort. Und an der Y-Achse steht einfach Counts. Das heißt einfach, wie oft war das der Fall? Und da sehen Sie auch schon, wenn ich jetzt hier 4 plus, keine Ahnung, 18 plus 30 plus das, plus das, plus das, plus das, plus das mache, welche Zahl kommt raus? 150 muss da rauskommen. Das heißt also, wenn ich die ganzen Spalten aufsummiere, dann kommt da die Anzahl der Datenpunkte raus. Das ist ein Histogramm. Und das nennt sich auch Barplot. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Spaltendiagramm vielleicht in Excel? Ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls eine Instanz eines Barplots, so ein Histogramm, wo ich halt zähle, wie oft bestimmte Sachen vorkommen. Soweit, so gut. Kann man das jetzt hier auch abändern, die Breite der Bins? Ja, natürlich, das sieht jetzt ja sehr grob aus, aber das ist wieder die Default-Einstellung, aber natürlich können Sie das abändern. Sie müssen halt den entsprechenden Parameter in der Funktionsdokumentation finden und hier heißt es N Bins. N Bins heißt so viel wie Anzahl der Bins. Okay, und jetzt habe ich das mal auf 20 gesetzt und entsprechend sind jetzt hier diese Bins schmaler geworden. Das führt dann dazu, wenn ich jetzt N Bins auf 1000 setzen würde, dann ist in jeder Bin nur ein Datenwert drin, dann habe ich hier unten nur so ein Rumgekrebser unten ganz mit so kleinen Zahlen. Da kann man ja nicht viel sehen. Wenn ich N auf 150 setzen würde, dann würde ich wahrscheinlich mal Glück haben, dass manche Zahlenwerte auch zweimal vorkommen. Man musste also bei der Anzahl der Bins irgendwie einen guten Kompromiss finden zwischen sieht irgendwie ein bisschen grob aus und irgendwie ich kann was erkennen. Ja, insbesondere erkenne ich jetzt hier noch so ein Loch und das ist eigentlich genau dieses Loch zwischen den Iris Cetosa und den anderen beiden Sorten. Da gibt es halt mit 5, irgendwas, gibt es halt nicht so viele, die diese Variable mit 5, irgendwas haben. Die kann ich jetzt halt hier sehen. Wenn das meine N Bins Einstellung ist, dann kann ich es halt nicht sehen. Das heißt, man möchte da so viele Details wie möglich sehen, aber wenn ich nicht genug Daten habe, dann kann ich auch nicht so viele Details dann da erkennen. Dann kann die Kurve auch nicht so genau werden. Okay, gut, prima. Ja, diese Linien, die ich hier reingemacht habe, die habe ich von Hand reingemacht, nur um Ihnen zu erklären, was Bins sind. Typischerweise werden die nicht angezeigt, aber hier gibt es 1001 Einstellungen wieder, vielleicht um noch einen kleinen White Space zwischen den Spalten zu machen oder die Farbe einzustellen oder, oder, oder. Wir machen einfach das, was wir immer jetzt schon gemacht haben. Wir sagen jetzt nochmal Color gleich Class und Bing bekommen wir jetzt hier so einen Color Scatter Plot, wo wir jeweils die jetzt hintereinander geplottet haben. Aber da sehen wir die Iris Cytosa, die liegt ganz links und die anderen, die haben auch eher größere Zahlenwerte. Das heißt, da können wir also die Sachen gleichzeitig damit reinfassen in diesen Histogrammplot. Tolle Sache, das kann man jetzt auch noch mit dem Scatter kombinieren. So, was sehen wir denn jetzt hier? Hier sehen wir jetzt einerseits den Scatter Plot und dann hier noch am Rand, am Margin, ja, Margin ist der Rand, sehen wir jetzt noch einen Scatter Plot der Variable Seeple Length und auf der Seite sehen wir jetzt noch einen Scatter Plot der Variable Seeple Width. Wir haben das gemacht, einfach mit diesem Befehl Marginal X und dann haben wir gesagt, was wir an dem Rand sehen wollen und jetzt wollen wir hier dann halt ein Histogramm sehen, ja. Und da gibt es auch andere Sachen, die Sie sich anzeigen lassen können. Sie können sich hier am Rand einen Boxplot anzeigen lassen oder so Violin Plots oder tausende und eine Möglichkeit gibt es da, ja. Das, was halt gerade gut passt, das ist halt interessant und gibt Ihnen so verschiedene Perspektiven auf Ihre Daten. Man kann das hier oben auch so auffassen, als würden Sie von dem Plot so schräg da oben drüber gucken und Ihnen ist jetzt auch mal egal, was jetzt an dieser Achse für Zahlenwert herauskommt, Sie wollen da nur so eine Projektion von betrachten. Ja, das ist also nochmal eine weitere Art, das zu visualisieren. Gut. Strips, das ist was, was ich vorher noch nie gekannt habe, es ist aber in der Toolbox drin und ich finde es einigermaßen praktisch. Das hier sind Strips, Befehlstrip. Es gibt immer noch ein X, ist also so eine Art Histogramm, wenn man will, Orientierung, horizontal. So, und wie werden da jetzt die Daten visualisiert? Das ist irgendwie ganz interessant. An der Y-Achse steht nichts dran. Ja, da sind jetzt auch diese Querlinien schon weggelassen, weil an der Y-Achse ist eigentlich keine Information. Was jetzt hier geplottet wird, ist ein Scatterplot, wo praktisch die Siepel-Length wird gegen eine Zufallsgröße geplottet. Das heißt also, diese Y-Achse, die wird irgendwie zufällig, wird eine Zahl genommen, die irgendwie so ein bisschen streut. Warum ist das irgendwie schlau? Warum will man das? Naja, so ein bisschen funktioniert das ja wie so ein Histogramm. Ich weiß jetzt auch, hier sind die meisten Punkte, hier hinten sind weniger Punkte. Das kann ich einfach so visuell sehen, weil ich halt hier die Punkte dichter liegen habe, als hier außen. Das heißt also, mit diesem Stripsplot, wenn ich das nicht machen würde, sondern ich würde einfach nur die Punkte hier so anordnen, dann würde er ja an dieser Stelle zehn Punkte an die gleiche Stelle plotten, die alle 5,7 hatten oder so. Und dann kann ich aber nicht sehen, wie viele Datenpunkte das sind. Indem ich dem jetzt aber noch ein zufälliges Y dazu packe, kann ich erkennen, ah, da sind ganz viele mit diesem Wert. Und hier gibt es nur ganz wenige. Das ist also auch eine geschickte Art, wie man es machen kann. Also der Rand ist nur Random Jitter. Und in gewisser Hinsicht ist es eine Variante vom Histogramm. Kann man auch wieder mit den Farben machen, dann wird das Ganze noch so zerlegt in diese einzelnen Klassen. Und dann kriegt man so ein Gefühl, ja, hier ist schon ein Überlapp so. Also manche Iris, Virginica, die besonders große Ciple längs haben, die kann man auch vertauschen mit den Iris dritte Sorte. Also das ist so, was man daran dann sehen kann. Auch eine schöne Art und ist auch relativ einfach zu machen. Da wird jetzt also zusätzlich zu dem Random Jitter, der da drauf addiert wird, noch eine 1 aufaddiert für die eine Klasse und eine 1 abgezogen für die andere Klasse. Und dadurch verteilt sich das dann automatisch anhand der Klasse.